Vedanta-Philosophie Brahman, Maya, Jagad, Ishvara, Atman, Upadi und Jiva Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag über Vedanta, eine Zusammenfassung der wichtigsten philosophischen und spirituellen Prinzipien von Vedanta. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag der Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung Ganzheitliche Entwicklung des ganzen Menschen Auch ein Vortrag als Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga-Vidya-Yoga-Lehrera-Ausbildung. Heute also die Wiederholung von Vedanta Solche Wiederholungen wirst du im Laufe der zwei Jahre immer wieder hören oder auch im Laufe dieser Yoga-Vidya-Schulung sodass du hoffentlich immer tiefer diese Prinzipien verstehst und dir auch bewusst machst, dass nicht nur theoretische Konzepte sondern das ist das, was von einer höheren Wirklichkeit eine Weise ist, Welt zu beschreiben. Brahman, das Absolute. Vedanta sagt, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Brahman Satyam. Brahman allein ist wirklich. Ein unendliches Bewusstsein. Prajnanam Brahman. Bewusstsein ist Brahman. Es gibt ein unendliches Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein allein ist. Dieses Bewusstsein ist allein jenseits von Zeit und Raum. Immer schon da ist und wird immer sein. Daher ist es Sat, S-A-T. Reines Sein. Unbegrenztes Sein. Unabhängig von Zeit. Unabhängig von Raum. Dieses Brahman ist Chit. Chit. Bewusstsein. Es ist nicht nur einfach da, sondern es ist bewusst. Bewusstsein an sich. Nicht Bewusstsein von etwas, sondern Bewusstsein an sich. Und dieses Bewusstsein ist Ananda. Freude. Es ist nicht einfach nur ein abstraktes Bewusstsein, sondern unendliche Glückseligkeit. Reine Freude. Ananda. Aus diesem Brahman heraus entsteht Maya. Maya. Täuschung und Illusion. Täuschung ist nichts anderes als Brahman. Brahman projiziert aus sich selbst eine Täuschung. Und durch diese Täuschung entsteht Jagad. Jagad ist dann das Manifesto Universum. Das Manifesto Universum ist aber jetzt kein wirklich existierendes Universum. Es ist immer Maya. Ich konnte sagen, ähnlich wie ein Traum. Du hast vermutlich letzte Nacht geträumt, selbst wenn du dich nicht daran erinnerst. Du selbst, also als Bewusstsein, hast die Illusion geschaffen, dass es die Traumwelt gibt. In der Traumwelt hast du dich vielleicht über einiges gefreut, über einiges geärgert und so weiter. Aber es war immer nur eine Traumwelt. Solange du im Traum bist, erscheint die Traumwelt wirklich. So wie du aufwachst, sagst du, ach, es war nur ein Traum. Angenommen, es war ein schlimmer Traum, sagst du, ach, es war nur ein Traum. Angenommen, es war ein schöner Traum, sagst du, oh, leider nur ein Traum. Aber es war nur ein Traum. Die Intelligenz dann, die sich manifestiert als Intelligenz hinter dem Universum Jagat, ist Ishvara. Ishvara, der persönliche Gott. Was heißen soll? Die Welt ist nicht einfach nur da und irgendwo ein sinnloser Traum, sondern sie scheint irgendwo nach Prinzipien zu funktionieren. Ishvara ist Brahma, Vishnu, Shiva, Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Ishvara hat männliche und weibliche Attribute, ist also in der Polarität und so weiter. Man könnte sagen, Ishvara ist für das Bewusstsein in der Jagat der ganzen Welt. Aber auch Ishvara ist Teil der Maya. Verschwindet Maya, dann verschwindet Jagat und Ishvara, nur Brahman bleibt übrig. So ähnlich wie wenn du im Traum bist, dann bist du ja das Bewusstsein hinter dem gesamten Traum. Der Traum entsteht nicht irgendwo von selbst, sondern du bist das Bewusstsein des Traumes, du bist auch die Traumwelt und du bist der Träumende. Aber im Traum identifizierst du dich typischerweise mit einem Teil des Traumes. Du existierst im Traum auch als Individuum. Du bist zwar das Bewusstsein hinter dem ganzen Traum und du bist letztlich auch der ganze Traum. Du bist letztlich aber auch das Bewusstsein hinter jedem einzelnen Wesen im Traum. Aber du identifizierst dich mit einem Wesen im Traum. Und so ist das die Analogie. Es gibt Atman, Bewusstsein, das Selbst. Brahman und Atman sind eins. In Wahrheit dein Selbst ist Brahman. Du bist nichts anderes als das Unendliche. Du erfährst dich selbst als Satchitananda. Und du hast auch Sehnsucht danach, dieses zu erfahren. Aber momentan bist du höchstwahrscheinlich in Avidya, in Unwissenheit. Du hast vergessen, dass du das Unendliche und das Ewige bist. Und so identifizierst du dich mit Upadi. Upadi, begrenzender Attribut. Das, was irgendwo dazugefügt wurde. Du könntest auch sagen die Kapa oder auch die Hüllen, Schariras und Koshas. Also letztlich Teile von Jagat. Du hast selbst die ganze Welt geträumt. Und jetzt identifizierst du dich mit einem Teil dieses Traumes. Und so denkst du, du bist ein Individuum, ein Jiva. Als Individuum, als Jiva, hast du Sehnsucht danach, dich wieder als dich selbst zu erfahren. Denn wenn Jiva sich identifiziert mit Upadi, also einem Körper, einer Psyche, einem Charakter, ein Temperament, Persönlichkeit, mit Karma, Aufgaben, Beziehungen und so weiter. Dann weiß Jiva irgendwo, das ist nicht okay, das ist nicht ausreichend. Wenn du weißt, du bist unendlich und ewig, bist du nicht zufrieden mit deinem kleinen Körper am Psyche. Vielleicht kompensierst du das und willst dann eben größer sein. Du willst mehr Geld haben, mehr Macht haben und so weiter. Du willst vielleicht mehr reisen, aber das reicht nicht aus. Ein Jiva will sich wieder als Atman, als Brahman erfahren. Du hast als Jiva ein beschränktes Wissen. Du siehst etwas in der Welt. Du willst mehr herausfinden. Du fragst, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Ganzen, was ist die Welt, gibt es eine höhere Wirklichkeit. Chit, dein individuelles Bewusstsein, Jiva, will reines Bewusstsein erfahren. Diese Suche erwacht. Aber in der Welt selbst gibt es keine Antworten darauf. In der Welt selbst wirst du nie herausfinden, wer du wirklich bist. Solange du in der Welt bist, wirst du nie herausfinden, was die Welt wirklich ist. Es gilt dort herauszukommen, dich zu erfahren als Atman. Dann sind alle Antworten da. Als Jiva hast du Sehnsucht nach unendlichem Ananda, unendlicher Freude. Denn du weißt, Anandoham, ich bin Freude. Es ist nicht okay, begrenzte Freude zu haben. Es ist nicht okay, in der Vergänglichkeit zu sein. Es ist nicht okay, mal Höhen und Tiefen zu haben. Intuitiv weißt du, ich bin unsterbliches Selbst, reine Freude. Und diese Sehnsucht erwacht. Und dann übst du spirituelle Praktiken, um dich zu reinigen. Dann übst du Meditation. Dann stellst du dir Fragen, wer bin ich. Du übst Viveka, Unterscheidungskraft. Du übst Vairagya, loslassen, aufhören dich zu identifizieren, aufhören zu glauben, mein Glück hängt von dem und dem ab. Du übst Shatsampath, Gelassenheit im Alltag. Mumukshutva, Sehnsucht nach Befreiung wird stärker. Irgendwann folgt dann Anubhava, die Erfahrung des Einen. Atma-Sakshatkara, die Verwirklichung des Höchsten Selbst. Du erfährst Aham-Brahmasmi, ich bin Brahman. Und so erfährst du Moksha, deine wahre Natur. Das war in kurzen Worten Vedanta-Philosophie und letztlich auch Vedanta-Praxis. Frag, wer bin ich? Erkenn dein Selbst. Das ist die Essenz von Vedanta. Und ich werde bei den nächsten Vorträgen etwas auch sprechen über abstrakte Meditationstechniken. Ich werde sprechen über Jivanmukta, wie ist ein lebendig Befreiter, über Samadhi. Was ist das? Überbewusstsein. Aber wenn du noch tiefer gehen willst in Vedanta, kann ich dir den 20-wöchigen Kurz empfehlen. Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga. Dort lernst du eine Reihe Meditationstechniken kennen, mit denen du tatsächlich erfahren kannst, wer bin ich. Mit denen du dich lösen kannst von Verhaftungen. Und wo du auch noch etwas in größerer Tiefe Vedanta-Philosophie erfährst und auch, wie du die Vedanta-Prinzipien im Alltag umsetzen kannst. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda. Alle Informationen über alle Ausdrücke, die ich heute gebraucht habe, sowie auch über den Vedanta-Meditationskurs auf www.yoga-vidya.de Und bei Yoga-vidya haben wir natürlich auch jede Menge Vedanta-Seminare. Du brauchst bloß auf unsere Internetseite zu gehen und dort eingeben ins Suchfeld Vedanta-Seminare. Und auch im Rahmen unserer zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung und im Rahmen der Weiterbildungen zur Yoga-Lehrerausbildung erfährst du viel über Vedanta, auch die Vedanta-Schriften wie Viveka Chudamani, Upanishaden, Atmabhoda, Tattvabhoda, Aparuksha, Anubhuti und noch einiges mehr. Nochmal die Internetadresse www.yoga-vidya.de